Was passiert dann Maschine gebaut? Wenn der Zug angekommen ist, stirbt er den Ball an, der wird die Steine umschmeißen und die werden auf diesen Knopf fallen. Die werden dafür sorgen, dass diese Kugel hier runterfällt auf die Trampoline und dann kippen die Steine um. Anschließend werden die Dominosteine diesen Hebel betätigen. Der sorgt dafür, dass die Kugel darunter rollt. Von diesem Aufzug wird sie dann hochgefahren, stupst die Dominosteine an, die auf dieses Messer gehen und runterfallen werden. Und dann wird das Messer runterfallen, was diesen Dominostein wegziehen wird. Die Flasche wird umkippen und hier runterfallen. Und dadurch wird der Abzug von der Nerf betätigt, wo ein Fall mit einer kleinen Nadel drin ist. Der wird dann den Luftballon da hinten plätzen lassen. Und los geht's. Und dann breaken wir die. Und dann dritte. Juhu! Hallo, ich heiße Arne und habe eine... ...die Katzen. ... 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